Hallo und herzlich willkommen bei Kaliber 80. Wir haben noch ein Team of the Season Spieler Pack zu öffnen, das ich mir bei einer Aufgabenkampagne erspielt hatte für 40 SBCs. Da ist komplett Team of the Season drin, alle liegen. Das heißt, es kann Ultraschrott sein oder es kann eine Mega Granate sein. Und bevor wir das Pack aber öffnen, eine Bitte an euch, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Like da und schreibt doch in die Kommentare, wie ihr das Pack hier findet. Würde ich sagen, gehen wir rein. Team of the Season, England. Ja, Chris Smalling ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe schon YouTuber gesehen, die da größeren Scheiß gezogen haben. Immerhin gutes SBC-Futter. Leute, ich sage danke fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier grandiose Packs öffnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.